Hallo, hier ist Sarah. In diesem zweiten Video werden wir die Adverbien der Häufigkeit anschauen. Adverbs of frequency. Am Ende des Videos werdet ihr wissen, an welcher Stelle die Adverbien der Häufigkeit in einem Satz stehen. Okay, lasst uns anfangen. Let's beginn. Zuerst, es gibt zwei verschiedene Typen von Häufigkeitsadverbien. Es gibt die sogenannten Adverbien der bestimmten Häufigkeit. Adverbs of definite frequency. Wie zum Beispiel every day, jeden Tag. Once a week, einmal pro Woche. Twice a week, zweimal pro Woche. Und every month, jeden Monat. Diese Adverbien drucken aus, wie oft genau. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Motivation.com Motivation.com Motivation.com